so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die golden spider von pyro century ja leute mal wieder eine gold batterie aber lasst mich eins vorweg sagen 30 mm zu 500 gramm nem sagen einiges und ich schwöre euch leute so was geisteskrankes habe ich noch nie gesehen die lässt sich auch ordentlich kosten nicht gerade billig bei vielleicht zu 50 euro aber überzeugt euch selbst die kann echt gut mithalten mit funke produkten wenn nicht sogar besser als funke let's go die goldene spinne kann das ist eine ansage alles gut ist gut